So, Rüstung Eine Minute Meinst du, dass Das funktioniert Meint ihr, das funktioniert? Ich werde es einfach machen Mission starten Ich habe jetzt Eigentlich keine Ahnung, was ich machen soll Gucken wir uns noch ein bisschen die Waffen an Hier ist der Zeremonienraum Normale Schwert Offizierschwert Können eigentlich auch mal wieder Ein Offizierschwert nehmen Ausrüsten Okay Den beiden fehlt noch was Wie viel denn? So 600 Okay 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 Eigentlich hätte ich wieder reingehen können Im Grunde genommen Oh Mann ey Ich bin so unnötig gerade Die Minuten sind ja im Moment ziemlich langweilig Egal Ich will einfach so Viele wie möglich Oh nein Egal Ich bin falsch Vielleicht ist das auch noch in Ordnung Vielleicht kriege ich es auch noch so hin Da will ich nämlich gar nicht hin War die falsche Station Sehr gut Muss ich zwar noch mal 140 Meter laufen Aber nein Ich habe ja noch ein Pferd glaube ich Irgendwo Na ein Scheißpferd natürlich Besser als gar nichts Das gibt es denn, Jung Ezio Der Papst hat von unserer Arbeit erfahren Er bereitet einen Kurier in Biromania vor Wenn Cesare ahnt, dass seine Anhänger ihm den Rücken kehren Besetzt er die Stadt mit Truppen Nehmt dem Kurier den Brief unbemerkt ab Bringt ihn mir und ich fertige eine Fälschung an Wir sorgen dafür, dass Cesare seinen Bericht erhält Die Zinker Dem Kurier ein päpstlichen Brief stehlen Eine Fälschung anfertigen Und dem Kurier der Fälschung Und unterschieben die Mission In weniger als 2 Minuten und 20 Sekunden beenden Und dem Kurier der Fälschung Und dem Kurier der Fälschung Ach, äh, ja, Diebstahl erfolgreich Gut, jetzt müssen wir weiterlaufen Okay, ich brauche kein Pferd Alles klar, das schöne Schönheit Komm, gib ihn her Ich will ihn haben Jetzt Bringt den Brief zurück Bevor der Diebstahl bemerkt wird Cesare wird hoch erfreut sein Dass in Rom alles gut läuft Natürlich wird er gut erfreut sein Ich glaube, so bin ich schneller Als mit diesem Scheißpferd Wo ist der denn überhaupt Wo ist der denn überhaupt Wer ist der denn gelaufen Er gibt einen besonderen Thron in der Hölle Gut, danke, Digga Knapp nicht geschafft So Musste sein, musste sein Ähm Damit hätten wir die Kolisarenaufgabe Ge-Macht Ne, ich nehme einfach das Pferd Jetzt So Jetzt retten wir zur letzten Oder zur Vormals Erstmal letzten Kodisan Mission Ach hier Nee, nee Für mich und mein Meister Aussehen ist das kein Problem Prospero und Fabrizio Colonna Aus ihrer Borgia Gefangenschaft Befreien Ende der Mission Müssen Beide sollten noch Über mehr als 50% ihrer Gesundheit haben Und so dann An der Kirchentür Eine Scharpe aus Feindsdruck Eine Scharpe aus Feindsdruck Entbietet Entbietet allen gläubigen Malfahrer Hört, hört Ich habe wichtige Nachrichten Aufgraschen Wir sind ja gleich da Seht ihr nicht, ihr seid Teil des Problems Perfekt Perfekt Ihr habt Ihr habt uns gerettet Okay Okay, wir sollten langsam die mal killen Komm schon Komm schon Komm schon Oh mein Gott Oh mein Gott Wieso kommen denn so viele hier Warum kommen denn so viele eigentlich hier Achso Achso, das ist Ja, okay Wie können wir das bloß je wieder gut machen Setz den Kampf gegen die Borja fort Das werden wir Adio, Amico Mio Adio Okay, so geht's auch So, gut Das war's doch jetzt auch erstmal Können natürlich noch sowas hier machen Könnten wir natürlich Ist natürlich Ist natürlich wahr Ist natürlich wahr Äh, aber das passiert Heute nicht Oder erstmal nicht Zwei Borja-Türme hätten wir noch Wie gesagt Das passiert Wow Was ist das denn? Venedig Okay Ja, das passiert aber heute nicht Denn, äh Wir werden jetzt aufhören Ich mache meinen Controller gerade zurück Und, äh Möchte gerne Mich verabschieden Und zwar, äh Hat es mich gefreut Dass ihr wieder dabei wart Das heißt, ähm Dass ihr, äh Fleißig Ähm Zugeschaut habt Und das gefällt mir Ja Ähm, also Wenn es euch gefallen hat Dann gebt ein Like Schreibt vielleicht ein Kommi Was man noch verbessern könnte Was euch gut Was euch gut Was euch positiv aufgefallen ist Was euch Negativ aufgefallen ist Außerdem, ähm Ja Abonniert Wenn es Wenn ihr immer up to date sein wollt Immer das neueste Video direkt Au Wenn es direkt rausgekommen ist Direkt sehen könnt Oh cool Ah Fleißig um R.P Hat ein neues Video rausgebracht Also Wenn ihr das sein wollt Dann abonniert Schreibt vielleicht ein Kommi Liked Das Video Ansonsten Sage ich nur noch Ciao Haut rein Bis zum nächsten Mal Man sieht sich Ciao